Das ist das Motto von Moira. Alex! Alex Wesker. Du kannst nicht die gleiche Frau sein. Wo ist Moira? Was hast du mit ihr gemacht? Ich habe sie verraten, und die resten von ihnen, unter dem Bauen der Angst und Angst. Du... Du hast sie verraten? Es gibt einen Mann zu töten. Harry, da oben! Ich werde dich später töten. Komm schon, weiter geht's! Kannst du gehen? David, dich jetzt tragen. Ja, cool, ist zu gar nichts mehr zu tun aus der Kamera drinnen, so ein bisschen. Sie ist responsibel für die Experimente sechs Monate vor. Sie nennen sie sie der Overseer. Sie hat Moira von mir abgeholt und jetzt werde ich nie ein Overseer, was? Entschuldigung. Es ist okay, sie sagte, sie wird wiedergeboren. Wie, wiedergeboren? Mit einem Virus? Warum braucht sie meine kleine Mädchen? Das macht keinen Sinn. Entschuldigung. Ich kann nicht... ... ich erinnere nichts anderes. Oh, liebte, ich bin entschuldigung. Es ist mein Problem, nicht dein. Geh es einfach. Barry, bist du okay? Ja, ich bin... 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 ... mit Moira und Polly. Warst du eine gute Familie? Wir haben versucht, das zu sein. Moira und ich viel kämpft. Auch nachdem sie aufgewandert. War es denn, weil sie schlechte Worte benutzt? Nein. Sie hat nur das gemacht, um mich auszuhalten. Ich bin die, die uns entfernt. Schau mal kurz die Pizze in den Ofen mit mir. Ja, alles klar. Sie und Polly waren in der Haus. Ich habe vergessen, dass meine Schäden aufzuhalten. Und Moira... Polly hatte ein Fehler. War es Moira's fault? Nein. Es war meine. Aber ich habe meine Sprache an ihr und... ... ich glaube, ich habe nie wirklich auf die Gefahr genommen. Polly hat überlebt, danke Gott. Aber nicht ich und Moira. Wir haben angefangen, auszuhalten. Ich glaube, sie hat dich immer noch lieb. Ich freue mich, dass du das sagst. Ich werde dir so viel erzählen. Ich konnte sie nicht retten. Aber ich werde dich retten. Ich versuche, ich werde dich aus dieser Isle. Ich weiß. Danke, Barry. Ich bin bereit. Es ist okay. Ich kann jetzt gehen. Okay. Alles klar, Partner. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Wir haben beide was zu tun. Tja, jetzt müssen wir leider warten auf den anderen Leon. Weil sie gerade eine Pizza in den Ofen schiebt. Statt sich, wie ich, eine Pizza zu bestellen. Ha! Viel gesünder. Egal. So, ich kann theoretisch wahrscheinlich auch einfach alleine abhauen. Wobei da hinten leuchtete was, glaube ich. Wäre schon ganz geil, das mitzunehmen. Ja, ich guck trotzdem mal hinten. Das war mir, kann er es dann ja raufheben. Mhm. Das sah aber schon sehr daraus, wenn ich das bedienen könnte. Naja. Wie werden wir zurück zur Surface kommen? Warte mal, kann ich eigentlich? Nee, kann ich nicht, ne? Oh oh. Wie sehe ich auch. Ups. Äh. Nein. Oh Gott. Wie sie auch einen Teil da unten bewegt. So von wegen. Oh nein. Ready machen und Zombies. Dabei bin ich einfach schon ganz woanders. Schwarm. Na komm. Geh nach Hause. Ey. Hm. 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 Feeling so lonely. Oh mein Gott. Das ist ja lustig. Oh Gott. Ich bin mir nicht so unverschwendet, glaube ich. Ich habe auch keine Pumpgun, ne? Ich, du. Fünf Räume auseinander. Okay. Gut. Dann müssen wir jetzt warten. Auf das die Pizza bald in den Ofen gelangt. Weil es schon gelangt ist. Äh. Lelele. Ah, ich komme... Moment, hä? Oh, ich komme nicht mal mehr zurück jetzt. Ach doch, hier ist ein Leiter. Ich habe nichts gesagt. Kann mich ja nochmal umgucken. Vielleicht finde ich ja noch eine Kleinigkeit. Hat die Kamera sich da unten gerade bewegt? Kriegt das mit? Nee. Äh. Hm. Tja. Ich habe nichts mehr zu tun. Das sieht merkwürdig aus, das Ding. Die Kamera hat sich wieder bewegt unten. Aha. Hallo. Wie lange bist du schon da? Eine Minute. Du, Sack. Gerade, wo du das erste Mal gesagt hast, die Kamera hat sich bewegt, seitdem bin ich wieder da. Wo hast du drauf gezeigt? Ach, ich habe das schon selber mitgenommen. Achso. War ein Rubin. Ich habe dich nicht gesehen. Du Frechdachs, ey. War alles abgeklappert. Am Ende ist die Tür. Aber die konnte ich nicht rein, weil du nicht zu weit wegpasst. Ah. Oh, der ist auch noch was. Fing. Oh. Alles klar. Alles klar. Jo, dann, äh, wo ist die Tür, wo du mal nicht so weiterkommst? Gleich da. Ötütütü. Also, vielleicht bist du ja jetzt nah genug daran. Ich kann nur nur Natalia. Ich kann nur 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 Natalia. Ja. Jetzt nochmal. Oh. Er wird auch schon zum Zonnen. Ich kann nur nur Italien nicht verlassen. Ich kann Italien nicht verlassen. Aber es hat uns nicht gesehen. Der Monster. Oh, nee. Jetzt geht das wieder los, ey. Der Monster. Äh. Aua. Der Monster. Der Monster ist gekommen. Bist du. Der Monster. Ich sehe die nicht. Beide Toren. Der Monster ist gekommen. Oh. Okay. Hat sich in tausend Teile zerlegt. Das ist voll die fette Wummer, ey. Ziegelstein. Yay. Ich bin doch nur nicht mehr für die Waffe. Was ist das denn? Yay. Aua, aua. Ich habe Schmerzen. Werf mal einen Monotop. Würde ich gerne. Oh. Als Natalia kann man halt wirklich gar nichts. Man kann mit Steinen schlagen, mehr nicht. Äh? Oh mein, das kommt mir bekannt vor. Waren wir schon mal? Mit Siegelstein. Wenn du möchtest. Komm mal nicht hoch. Oh, hier ist eine Waffe. Oh. So ein AK-7. Ah, da kommen wir nicht ran. Sehr merkwürdig. Hm. Merkwürdig, das. Kling. Kling, Glitzer, Glitzer. Kling, Kling, Glitzer, Glitzer, Schmink. Harry, ist da etwas drüber? Ach nö, ist wieder so ein unsichtbares Scheißviech. Ja. Erstmal links. Moment. Ja, weiter. Auf den Boden. Boah, ich hasse das. Ja, das ist irgendwie kacke. Ja, Rauchpulver. Juhu. Ich freue mich. Auch mal eine Waffe für mich. Ja, Rauchpulver. Juhu. Komm schon. Ist er... Ja. Lass ihn sein. Ja. Ja. Warte. Ja. 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 Mal. Ja. Barry. Ich bin hier. Lass uns gehen. Ich werde diese Eiland schrauben, was es zu ihr getan hat. Lass uns hier raus raus. Bleib dicht, okay? Ich werde. Ich muss meine Sprechkenntnisse verbessern. Also schreibe ich in dieses Tagebuch in Fremdsprache jeden Tag. Oh Gott. Jeden Tag ich schreibe, aber mir fehlen die Worte. Jetzt ich habe guten Grund. Heute mein erstes Kind in die Welt gekommen. Ihre Mutter hat ihr den Namen Irina gegeben. Das ist Name von meiner Großmutter. Ich war dagegen, aber kann nicht gewinnen gegen dickköpfige Frau. Sie hat Augen und Nase von Vater, aber Mund von Mutter. Wir werden gesundes, starkes Mädchen aus ihr machen. Dieses Jahr innen sie wieder gut drauf. Insel ist glücklich. Mein Geschäft läuft gut. Mein Leben läuft jetzt auch recht gut. Ich will Irina selbst selbst Gefühl geben, wenn sie ist älter. Das ist jetzt meine Verantwortung als Vater. 16.07.94 Irina ist schon sechs. Wie Zeit fliegt. In sechs Jahren immer noch nicht richtig gelernt. Sie mag es nachzumachen, ihre Mutter. Ihre Mutter hasst das. Wohl, weil Nachahmung ist perfekt. Kleine Groschka ist sehr schlau. Mag Mathematik. Ihre Großmutter mochte auch Mathematik. Irinas lächeln gut gegen meine Sorgen. Mine ist jetzt gefährlich und macht kein Geld mehr. Inselzustand mehr schlecht und mehr schlecht. Ich verliere vielleicht Arbeit, aber keine Zeit zur Sorge. Insel ist Heimat. Ich möchte sie in gutem Zustand an kleine Groschka übergeben. Das ist jetzt meine Verantwortung als Vater. 17.2000 Irina jetzt zwölf. Schon rebellisch. Mehr wie ihre Mutter jeden Tag. Ich verstehe nicht die Frauen. Nur ich bin peinlich für sie, bis sie braucht Geld oder Gefallen. Apropos Frauen. Eine Frau kam zu unserer Insel. Sie verspricht Industrie zu revitalisieren. Ich habe jetzt Arbeit, neue Anlagen in Mine zu bauen. Ich dachte Mine erledigt, aber sie hat doch noch Verwendung dafür. Sie ist geliebt von jeden. Sie nennen sie unsere Retterin, unsere Wohltäterin. Meine Mutter hat immer gesagt, vertraue nicht Menschen mit Geld. Arme Arbeiter, verlässlicher als reicher Kapitalist. Guter Ratschlag. Aber reiche Frau hilft uns. 17.2008 Es ist Irinas 20. Geburtstag. Ich sollte feiern. Aber ich mache Sorgen. Nächste Woche, sie geht arbeiten in Mine. Ich war dagegen. Aber Groschka hört nicht. Hört nicht seit Jahren. Warum sollte jetzt anfangen? Irina so dickköpfig. Genau wie ihr Vater. So sagte sie immer. Hatte wohl recht. Ist jetzt schon ein Jahr, seit du fortgegangen bist, meine Liebste. Ich traue nicht Leuten in Anlage. Etwas falsch an ihnen. Aber andere denken, ich nur dichtköpfiger alter Mann. Vielleicht jetzt auch Irina. Aber ich weiß, ich habe recht. Ich hoffe, auch Irina merkt es bald. 19.2009 Ich habe Irina nicht gesehen. Schon ein Jahr lang. Etwas Schlimmes passiert mit unserer Heimat. Menschen werden krank. Mehr kann ich nicht erklären. Es alles liegt an der Frau. Sie hat Geruch von Böses. Das sollte Irinas Heimat sein. Aber jetzt zu spät. Ich verlasse diese Stadt. Alles. Aber Insel ist meine Heimat. Ich werde nicht verlassen. Kein anderer Platz für mich. Also gehe ich in Kanalisation. Da bleibe ich. Wird schlimmer werden. Ich weiß es. Irina, pass auf dich auf. Ich finde dich. Ich verspreche, Kroschka. Du bist alles, was dein Vater noch hat. Da wirst du ja Matsch im Kopf, ey. Wenn du so lesen musst. Vor allem. Der hat so gesagt. Am Anfang hat er gesagt. Ja, ich schreibe mal dieses Tagebuch. Damit ich hier ein bisschen besser Fremdsprache sprechen kann. So. Erster Tagebucheintrag 1988. Zweiter Tagebucheintrag 2008. Das ist genau so. Ja, alle sechs Jahre kann man da auch mal wieder ein Tagebuch eintragen schreiben. Mhm. Ich schiebe das auch mal auf. Aber ich vergesse immer die meisten Tage. Deswegen schreibe ich immer nur den jetzigen auf. Oh, wir haben noch ein Update. Schön. Oh. Ähhh. Pf ppf 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 ppf. Ja. Einmal da war irgendwo. Yeah. Oh, na. Oh. Oh. Oh, na. Ich hab' nicht so geile Waffen. Ich doof. Doofes Spiel. Duwie doof. Duwie doof. Duwie doof spiel. Die wird irgendwie schon da, wo wir auch mal mit äh, die anderen beiden waren. Das sieht ein bisschen da noch aus, die Signalisation, ja. Ja, hier ist Zielstein für dich. Ja, Stein, Stein, Stein. Der, du, denn. Es ist so, dass wir die Schlüge von höher aufbauen können. Oh, ich weiß nicht. Ja, da, warte, 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 ein bisschen weiter rechts, noch weiter rechts. Ja, da. Es ist schon tot. What? War das nicht immer noch da? Nee, jetzt ist, oh doch, das ist immer noch der Helm. Äh. Okay, ähm. Boah, das ist echt schwer abzuschätzen, wo das ist. Hä? Komisch. Äh. Okay. Okay, lass mir das. Vielleicht ballere ich auch schon die ganze Zeit gegen das, gegen das Gitter. Oh. Das ist aber gut versteckt. Weil es gibt hier, ähm, bei Natalia und Barry, gibt es ja auch solche Käfer, die man abschießen muss, glaube ich, statt, ähm, statt dieser, ähm, blauen Dings da, Kreise. Hm? Die heißen auch, die sind auch so. Kannst du die Schlüge von der Seite abbrechen? Okay, häng auf! Eine Karte. Ich bin aber schon durch. Kommst du überhaupt runter? Ich will nicht runter. Ich will spielen. Okay. Könnt ihr. Aber du wirst halt, du wirst halt sterben. Aha! Hier oben ist ein Tank voll mit, ähm, Bumbum-Zeug. Bitte. Natalia, sehen Sie, ob Sie das öffnen können. Startet! Und, fuhp! Hier durch. Hilfe. Das hat wehgetan. So, ah, dann findest du es fertig. Ich bin ja wieder da. Alles klar.